Hey Leute, hier ist Anzu und ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof, denn bei uns ist heute zwei Stationen weiter vom Hauptbahnhof ein kleines Paradiesfröhliches Fest. Keine Ahnung, was dort genau passieren wird, aber da gehen wir heute hin und ich bin heute mit einer größeren Gruppe Leute unterwegs. Und ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Vloggen wird. Wir werden sehen, ob das funktioniert, ob ich das kann. Wird eine neue Herausforderung. Das war jetzt ein kleiner Reinfall mehr oder weniger, denn wir sind dort hingegangen und ja, das Ganze ist so, diese Frauen, die da bei diesem Fest rumlaufen, sind mehr oder weniger Frauen, die in Hostessbars arbeiten. Aber das wussten wir nicht, weil die Japaner vor dem Player nicht richtig gesehen hatten und ich das nicht verstanden habe, als ich das gelesen habe. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass es schlimm gewesen wäre, dass wir da sind. Es wäre halt nur irgendwie komisch gewesen, da mitzulaufen. Es wäre bestimmt schön gewesen, aber es kommen noch einige andere Matsuri, also darauf freue ich mich schon sehr. Und dafür gehen wir aber jetzt Sushi essen. Ja, es wäre schön gewesen, da mitzulaufen. Wir sind jetzt wieder in Kofu zurück und waren ebenfalls noch Sushi essen bei so einem Restaurant, wo das Sushi eben auf so einem Band fährt, wie ihr gesehen habt. Und wo man dann per Tablet bestellt. Und ja, wir gehen jetzt noch kurz in den Kombi kaufen, kaufen ein Eis für den Rückweg. Und damit ist dieser Vlog relativ unspektakulär. Aber ihr könnt euch freuen auf viele Videos über Matsuri im Sommer. Und damit beende ich den Vlog jetzt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und damit beende ich den Vlog. Was ist das? Ah, das ist das Kinnokon. Ah, Kinnokon! Das war das Kinnokon. Das war das Kinnokon. Ah, das war das Kinnokon. Ah, das ist das Kinnokon. Das ist echt gut. Ah, das ist echt gut. Ich liebe Belli. Ah, das ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Teacke and Ice. Was ist das? Ja. Was ist das Kinnokon? Das ist sicher nicht. Das ist gut. Das ist gut. Waluft. Das ist gut. Was das ist das? Das ist alles gut. Das ist alles gut. Flows Momos Ja, das ist so. Wir haben die Viereratzen. Und wenn wir sie essen können. Warte jetzt. Was haben wir? Ich weiß es nur. Möchtest du? Möchtest du? Möchtest du? 300 Euro. Was? Möchtest du? Was ist das? Ich werde das bei acht? Ich werde das bei fünfziganare. Du musst etwas! Ich werde das bei acht. Auf ein bisschen eine Askuss , ich werde das bei acht. Das ist toll! Ah, wahrscheinlich Es ist toll! Es ist toll! Welche Frozen-Momo ist das? Ah! Das ist die gleiche! Das ist die gleiche! Das ist die gleiche! Das ist die gleiche! Ah! Das ist toll! Das ist die gleiche! Das ist die gleiche!